Wow, mit 42 sieht Jennifer Garner immer noch strahlend schön aus. Ob beim Posieren für die Fotografen auf dem roten Teppich, beim Autogrammegeben für die Fans oder bei offiziellen Anlässen. Die Schauspielerin bezaubert stets mit ihrem umwerfenden Lächeln und vor allem mit ihrer Top-Figur. Auch nach drei Schwangerschaften ist die 42-Jährige super in Form und fühlt sich wohl in ihrem Körper. Das liegt vor allem an dem harten Training, das die Ehefrau von Ben Affleck gemeinsam mit ihrer Personal Trainerin Valerie Waters absolviert. Bereits seit über zehn Jahren kennen sich die beiden. Damals trainierten sie zusammen für Jennifers Rolle der Agentin Sydney in der erfolgreichen TV-Serie Alias – Die Agentin. Die Serie bedeutete für die Schauspielerin im Jahr 2001 nicht nur den Durchbruch, sondern erforderte auch einen perfekt durchturnierten Körper und viel Kondition. Darauf stellte Valerie ein hartes Trainingsprogramm zusammen, das die beiden bis heute durchziehen. Ihre Arbeitsmoral ist einfach unglaublich, schwärmt die Fitnesstrainerin von Jennifer. Vier- bis fünfmal die Woche treffen sich die beiden bereits vor Sonnenaufgang in Jennifers Haus in L.A., um ein 45- bis 60-minütiges Zirkeltraining zu absolvieren. Nach einer ausgiebigen Aufwärmphase werden zuerst diverse Beinübungen mit einem Gummiband gemacht. Anschließend powert sich Jennifer bei Bodenübungen für Bauch, Beine und Po sowie einem Oberkörper-Workout mit Gewichten aus. Ein ganz schön straffes Trainingsprogramm – vor allem wenn man bedenkt, dass Jennifer nicht nur als erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin eingespannt ist, sondern auch drei Kinder hat. Doch für die 42-Jährige ist genau das der richtige Ausgleich – und das sieht man. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.